Zurück bei Stealth of Decay 1, Lifeline Setz mal die ganze Geschichte fort Ich fand's gestern schon ein bisschen interessant, spielst von der Army Seite, irgendwie soll es halt der Beginn der des Virus sein, beispielsweise der Beginn des Ausbrechens Ah, schauen, das ist hier mal ein extra Bonuscharakter, Kilo helfen, Vorräte Aha Okay, das hört sich doch schon mal interessant an Wir brauchen erstmal Einfluss, was ist Was haben die hier alles Ich kann auch auf die wechseln, ich kann auf den nicht wechseln, ich kann nur auf die und die wechseln, okay Dann guck ich mal, wo haben sie ja einige Soldaten gefunden Gestimmerter Soldat Okay Fangen wir mal an den gesterneten Soldaten Wer folgt mir jetzt hier Time to get it on Doghouse actual to Greyhound 1, come in This is Greyhound 1, we fortified a position at the LZ New outpost uses call sign Black Friday All right, Black Friday, you've got new orders I'm putting together a list of people who work with Dr. Horn People who knew his research and might be able to make a difference If any of them are alive, then maybe we can still salvage this thing Just tell us where to go First up is his ex-wife, Julene Horn She's a surgeon at University Medical She was being ground evac'ed on the other side of town But the way the highways are jammed up, we think she's stranded Get to her last known location, track her down and bring her in Doghouse out So Then Oh 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 tschüss, okay okay, ich muss ausweichen über die Autobahn ich muss kurz mal gucken, was ist jetzt die Mission hier ja, jetzt ist die auch noch ja, auch noch oh mein Ich höre sowas ganz komisch auf der rechten Seite, das finde ich nicht schön. Eigentlich wollte ich den geschlossenen Soldaten holen. Blatt? Ich wollte ihn zum Base bringen und ihn sicher haben. Nein, egal. Mirka Auto. Sehr geil. Mein Aussichtspunkt, das muss ich alles gleich machen. Das ist dein Haus. Ich habe die Leute nicht geholfen. Hey, ich kann ihnen helfen. Ich bin in den Reserven. Trained in Fort Sanders. WTF? Du kennst mich oder? Ich habe das. Ich habe das. Für mich. Er, was ich da? Das ist ein Problem. Musik Begleis Regen. Es geht mich bei mir. Oh, oh 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 oh. Don't let it get up! Nice. All clear. That's all right. I want to make it out alive. Hostile Targets Can't carry that much Hostile Targets Contact No room for that Contact Greyhound 1 to Black Friday We're en route with Dr. Horn Let Doghouse know we're ready for extraction Roger that, Greyhound 1 Might wanna hurry back We're seeing a lot of movement around here Why would that make us wanna hurry back? Zed's inside Stay frosty Not sure that's a good idea We've got company here Nice Can't carry that much All clear Can't carry that much Contact Contact Come,dar Give me the call We've got aБ A That was reports To be long Have to be long Guillaume M campella Greyhound 1, das ist Black Friday. Wir haben ein Bild auf dich jetzt. Du besser wiederholfen und zurück zum Basen. Wir haben eine Situation entwickelt in hier. Dr. Bleib weg von den Garten. Aber bleiben dort, wo ich dich sehen kann. Wenn du in Probleme bist, ich will wissen. Sir, wir haben eine Watchtower, wo Sie sehen, die ganze Perimeter sehen können. Gut. Wir brauchen mehr Feuerpower als wir haben. Ich nehme diese Position, und kenne in Feuer Support. Keine Raum für das. Beideein. 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 Contact, feral! Das fahr jetzt nicht, wird es auch noch schwer. oh oh better than we hope for hold your position wait for the next name on the list sir you've been effective enough that I'm allocating some assets to back you Drone Recon, Airstrikes, they're standing by for you. Doghouse out. Sir, you may want to hear this. You may want to hear this. You may want to hear it when you are. You may want to hear it when you are. You may want to hear it when you are. So, let's go to the Strand of Soldaten. Then we have to go on. You may want to hear it when you are. Oh, that was close. You may want to hear it when you are. You may want to hear it when you are. You may want to hear it when you are. You may want to hear it when you are. You may want to hear it when you are. You may want to hear it when you are. You may want to hear it when you are. You may want to hear it when you are. You may want to hear it when you are. You may want to hear it when you are. You may want to hear it when you are. You may want to hear it when you are. You may want to hear it when you are. You may want to hear it when you are. You may want to hear it when you are. You may want to hear it when you are. Oh, fast. Die Sähe ist offen. Was ist das? Das ist doch nicht der Hilton. Sechneid ihr Trash und sieh Ops für eure Duty-Assignments. Was ist das? Oh blöd. Hey! Sollen wir mal ganz was ein bisschen gucken hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich kann's watch my family die. This is what the army left behind when they ran away. Now it's up to you listeners out there. We will broadcast their location until you tell us they're safe. If you've got the meat, get over there and help out. You know there ain't no civilians who can roll up on a horde and just clear it out for these people. It's us or nobody. I agree but it's not that simple. We have orders. We can't just extract whoever we want. Hey, it's coming over there. Let's go. Let's go. Let's go. I'm headed your way now. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Alright, you guys. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Okay. Let's go. Let's go. Let's go. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das wäre schlecht. Greyhound 1, das ist Black Friday. Ich habe Probleme mit dem Droghaus auf der Radio. Keep trying Black Friday, we'll be on to siege any minute. We're going to want air support. I've been trying for half an hour, we've got nothing. It's cool. I don't know how much it is. Oops. Oh, fuck, Alter. Oh, fuck, Alter. I've got more business to take care of. We're going to take care of the Droghaus. We're going to take care of the Droghaus. No! Untertitelung des ZDF, 2020 contour friday i got menit back in route red for your tic well you will have to stay put you're in contact with hq any word on who's runnin this show doghouse is out of commission but if you got sad cops you can reach high road out near the state cap our comms officer was lost with Greyhound to we haven't been able to locate a satellite gear this operation isn't moving till we get intel from the outside setting upset comes at our radio post is now priority one Should be supplies there. Ich kann es echt nur von hier, das ist ja lächerlich. Klariebasis. Wir haben hier ein company. hier take it easy buddy Oh, ich glaube, es beginnt. Das ist nicht gut. 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 Das hat Spaß gemacht. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut.